guten morgen liebe freunde meines kanals viele grüße aus sardinien es soll steht wieder ein tauchvideo an und ich bin zwar seit sechs tagen hier aber das wetter ist absolut nicht tauchtauglich gewesen die letzten tage wir hatten windgeschwindigkeiten zwischen 50 und 80 km h heute ist der erste tag an dem der wind so richtig abgeflaut ist und das meer gut aussieht es ist 7 uhr ich habe mich hier hingestellt und um zu bewerten ob ich meine kamera mitnehmen kann und so wie es aussieht spricht alles dafür